Es ist großartig hier, in was für einem sprudelnden Leben wir erleben, in was für einer herrlichen Zeit. Es ist, als würde ringsum eine neue Welt entstehen. Fribbelst du? Tschüss! Gestern haben sie gesagt, die schlimmste Sauerei kommt aus meiner Kerberei. Wenn das stimmt, dann müssten ihr meinen Vater, meinen Großvater und ich die Stadt absichtlich vergiften. Die reizten Todesengel! Denken Sie, das lasse ich auf mir sitzen. Dass die so hinterhältig sind! Was ich tue, tue ich im Namen der Wahrheit und um meines Gewissens will. Was ich tue, tue ich im Namen der Wahrheit und um mich zu machen? Was ich tue, tue ich im Namen der Wahrheit und um mich zu machen? Was ich tue, tue ich im Namen der Wahrheit und um mich zu machen? Was ich tue, tue ich im Namen der Wahrheit und um mich zu machen?